Ist das tatsächlich das seit über zwei Jahrzehnten verschollene Meisterwerk Porträt einer Frau von Gustav Klimt? Wenn ja, hat es das Museum im italienischen Piacenza, aus dem es 1997 gestohlen wurde, nie wirklich verlassen. Ein Gärtner fand das Gemälde hinter dieser Klapptür in einer Mauer der Ricci Oddi Galerie beim Zurückschneiden von Efeu. Das Bild war in einen Plastikmüllbeutel gehüllt und befindet sich offenbar in sehr gutem Zustand. Nun wird es von Experten auf seine Echtheit überprüft. Die Chancen, dass es sich um das Original handelt, stehen laut italienischen Medien gut. Auf der Rückseite seien noch Stempel von der Verleihung an andere Museen zu sehen. 1. 2. 1. 2.